kommt der mann von der arbeit nach hause und meint zu seiner frau gehe sofort ins schlafzimmer und zieh dich aus die frau aber der mann sagt nix aber die frau geht also ins schlafzimmer und zieht sich aus der mann ruft geh vor den spiegel und mach einen kopfstand die frau hey ist das etwa eine neue kammer sutra stellung der mann hör auf zu labern mach einfach sie geht vor den spiegel und macht einen kopfstand der mann und nun spreizt die beine kommentarlos spreizt sie die beine kommt der mann ins zimmer steckt seinen kopf zwischen ihre beine guckt in den spiegel und meint nie vollbart steht mir nicht